Die Tür ist nicht einfach eine Tür, die ich aufmache und schwupps bin ich da. Die Tür ist eine Panzertür. Das ist eine Tür, wo ich mich erstmal in den Zustand bewegen muss, um sie öffnen zu können. Gleichzeitig ist der Prozess des Malens auch ein Abschirmen der Umwelt gegenüber. Denn du hast eine weiße Wand und diese Wand beseelst du. Das heißt, du öffnest diese Tür. Ich bin Miriam Flaming. Ich male. Bilder verführen mit Erinnerung und ein Führen in dich selbst. Kunstwerke öffnen Türen des Verständnisses. Zunächst einmal meiner selbst. Und ich kann mich in dem Kunstwerk erkennen, wenn ich dann aufmerksam bin. Miriams Gemälde möchten zu uns sprechen, das gelingt aber nur, wenn wir hinschauen. Wenn wir die innere Bereitschaft einnehmen, durch die Tür zu schreiten, die uns Miriam mit ihren Bildern eröffnet. Wenn wir durch diese Tür gehen, dann können wir uns selber besser verstehen. Und vermutlich verstehen wir auch Miriam besser. Denn sie ist die Urheberin der Kunst. Ich finde es sehr spannend, dass es so ähnlich wie bei meinen niederländischen Künstlern des 17. Jahrhunderts, wenn dann eigentlich nur in Leipzig ein solches Schulverhältnis gibt. Die erste Generation namens Tübke, dann die zweite Generation Arno Ring, den ich persönlich erleben durfte, dann die dritte Generation Neo Rauch und jetzt eben Miriam in der vierten Generation, die ja sowohl bei Neo Rauch als auch bei Arno Ring als Meisterschülerin gearbeitet hat. Es gab keinen Zweifel, dass ich zu Arno Ring wollte. Die Grundlage der Leipziger Schule, dieser akademischen Grundstruktur, der Figur, hat mir extrem zugesagt. Ich bin damals nach Leipzig gezogen, weil ich mich in Düsseldorf wirklich gelangweilt habe. Abgesehen davon, dass ich ja in Düsseldorf auch nicht an die Akademie kam, weil man mich nicht genommen hatte, war ich dann sehr froh, dass ich eben raus bin und an diesen Ort gekommen bin, den ich vorher nicht kannte, wo ich keine Erinnerung mit verknüpfte, wo ich mich selber komplett neu erfinden konnte, in einer Stadt, wo alle Türen auf waren, wo alles auf dem Tisch lag und neu verhandelt wurde. Wie man lebt, warum, mit wem, was man machen will. Es gab nicht diese festen Strukturen, wie das eben in Westdeutschland und gerade in Düsseldorf war, wo jeder Stein zehnmal umgedreht wurde. Und auch die Vorstellung, was ein Künstler ist, komplett klar war. Eine ganz klare Schublade von hier bis hier und da passte rein oder nicht. Das war genau die Zeit, wo Miriam und auch andere männliche Kollegen, ich glaube Tim Eitel, das trifft auch zu, ganz bewusst nach Leipzig gegangen sind, weil sie dort die Lehrinhalte und das Klima fanden, was sie anderswo vermisst haben. Also kam Miriam nach Leipzig und das war auch wahrscheinlich immer richtig. Das hat einfach von vorne bis hinten sowas von gepasst. Ich hätte mir das wirklich nicht ausdenken können vorher, so gut war das. Und nicht nur wegen der akademischen Ausbildung auch, und das ist fast noch spannender, wegen einem undefinierten Raum. Weil es gab so viel Leerstand, die Leute waren geflüchtet, es war wie nach einem Krieg. Auch die Schule in einer kompletten Umwälzung und das ist eine unglaubliche Chance, die man hat, wenn man anfängt Kunst zu studieren und sich selbst neu zu erfinden und diesen Raum dazu hat und nicht sich in ganz engen Strukturen bewegt, wie ein Künstler zu sein hat oder Malerei oder was auch immer. Zumal sie ja in Arno Rink dann diesen wunderbaren Professor gefunden hatte. Die erste persönliche Begegnung mit Arno Rink hatte ich angesichts der Frage, in welche Fachklasse man gehen möchte. Zu dieser Zeit habe ich über ein Jahr nebenbei an einer Plastik gearbeitet. Und dann hieß es, na der wird dich ja nicht nehmen, weil der wird keine Plastik dulden. Das ist ein Malereistudium und der hasst Plastik. Und es war so, dass Neo Rauch und Arno Rink im Wechsel eine Woche nach der anderen Konsultation gaben. Und soweit ich mich entsann, musste das der Tag gewesen sein, wo Neo Rauch in der Klasse war. Also ging ich nur straks dahin, in der Erwartung, dass Neo Rauch mir Auskunft erteilen könnte, ob denn Plastik so ein Fauxpas sei und traf Arno Rink persönlich an. Und Arno Rink sagte dann, was gibt's? Und dann sagte ich, jetzt ist egal, jetzt musst du raus. Und ich sagte, ich will ihm nur sagen, bei ihm werde ich nicht studieren. Weil, ach ja, ich sag ja, weil wenn sie nicht Plastik, dann werde ich nicht zu ihm. Und dann schaute er mich an und sagte, wer hat Ihnen denn so einen Scheiß erzählt? Wissen Sie, sagte er, warum ich kein Bildhauer geworden bin. Die Plastik ist meine erste Leidenschaft. Nur weil ich so ein lausiger Bildhauer bin, bin ich Maler geworden. Und dann war für mich natürlich klar, das ist mein Lehrer. Das war auch unsere Art, in Zukunft miteinander umzugehen. Das heißt, unverblümt und direkt und auch sehr fordernd, gegenseitig fordernd. Und ich glaube, da hat sich Haltung und Haltung getroffen. Als ich meinen Mann kennenlernte und später, also Geld war immer ein Thema, weil man es nicht hatte. Es gab diesen einen Moment, wo ich morgens aufwachte in meiner besetzten Wohnung und die Stiefel anziehen wollte. Und die waren festgefroren. Und ich habe die dann mit einem Spachtel abschlagen müssen. Ich hatte den Schnee vom Vorabend reingetragen, hatte keine Kohle, wohnte unterm Dach. Hatte mir aber einen Hund zugelegt, weil ich auch Angst vor Überfällen hatte. Und das weiß ich seitdem, Hunde sind drei Grad wärmer als der Mensch. Der durfte natürlich dann auch ins Bett, weil es war scheiße kalt. Und als einfach auch der Kühlschrank leer war. Also als ich dann bei Kaisers aus der Obsttheke die Banane vor Ort aß, damit ich einfach was zu essen hatte. Also das waren so mehrere Momente, wo ich dachte, ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich morgen was ich essen soll. Ich habe gar nichts. Aber eins war immer klar. Er hätte nie dafür die Kunst aufgegeben, um mehr zu verdienen. Er hat immer gesagt, dass man auch einen gewissen Fanatismus mitbringen muss, um Kunst machen zu können. Und das hat er auch von den anderen verlangt. Und in dem Fall speziell eben auch von Mirjam. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich immer vereinzelt Menschen hatte, die das auch damals schon gesehen haben. Ich hatte die Chance, eine große Sammlung aufzubauen. Und ich habe Mirjam schon relativ zeitig für diese Sammlung kaufen können. Mirjam hat einen so wunderschönen Satz jetzt mal gesagt. Sagst du, ach weißt du, du hast uns eigentlich früher den Arsch gerettet, weil sie kein Geld hatten. Es war wichtig einfach, für die Zeit vor allen Dingen war es wichtig, ja. Panorin beginnt ja bereits in den 70er Jahren, sich mit dem Thema des Schutzmotivs auseinanderzusetzen. Und dann gibt es so eine Werkphase von ihm. Das sind so Selbstporträts, also im Atelier. Und da beginnt er auch, die Konturlinien aufzulösen. Der Gegenstandsbezug von den Dingen, die er malt, ist kaum mehr Relevanz. Und vieles ordnet sich also einfach dem Willen der Komposition unter. Und das sind dann Dinge, wo ich meine, dass er sich sehr, sehr wohl auch mit dem Werker von Mirjam Flaming trifft. Das Thema Zeichnung, Linie und Störung der Maloberfläche durch eine weitere Ebene hinzufügen, die das Ganze zerstört, infrage stellt, unterhebelt, überlagert, die habe ich auch verinnerlicht in meiner Arbeit. Dieser Zweifel an dem Gemalten und dieses, wo bin ich, und das ist die Arbeitsweise, die ich auch so von ihm kenne. Und auch immer wieder die Frage der Abstraktion der figürlichen Malerei. Wie weit kann ich das spannen? Das sind sicherlich immer wieder Themen gewesen, auch in seinen Arbeiten, in Landschaftsbildern, die er 2008, 2009 gemalt hat, die wir zusammen in der Halle am Wasser auch gezeigt haben, in einer Doppelausstellung, wo wir uns immer wieder über die Frage unterhalten haben, wie weit kann eine Figur reduziert werden in einer Landschaft? Wie weit kann ich Inseln der Abstraktion mir erlauben, ohne die Figur zu verlieren und ein stimmiges Bild zu schaffen? Da kommen dann also Elemente dazu, weil auch Miriam Flaming versucht es auch, auch wenn sie sich intensiv mit dem Raum auseinandersetzt, aber sie versucht auch, den Raum aufzulösen, auch den Kontur manches Mal aufzulösen. Und das ist etwas, wo ich meine, das hat durchaus mit Arno Rink zu tun. Es ist spannend, im Werk von Miriam die Spuren dieser großartigen Figuren, Maler Arno Rink und Neo Rauch zu entdecken. Miriam Flaming ist eine selbstständige Künstlerin, die sich wahrscheinlich von Anfang an schon von Arno Rink emanzipiert hat in ihrer Malerei, weil es immer schon etwas Besonderes war, immer etwas sehr, sehr Eigenständiges war. Und das war vielleicht auch im Moment, dass dem Arno Rink sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, gerade bei Miriam Flaming war das so, weil sie so schnell zu einem eigenen Stil gefunden hat, zu einer eigenen Sprache, war das etwas, was dem Arno Rink eigentlich sehr entgegengekommen ist. Das war genau das, was er gemacht hat. Und das war auch vielleicht ein Grund mehr gewesen, sich für ihn zu öffnen, also auch ihr gegenüber zu öffnen. Und dadurch kommt man natürlich zu einem Diskurs, der sehr, sehr spannend ist. Und da kommst du dann zu keinem Konkurrenzverhältnis mehr zwischen Student und Lehrer. Das ist ja auch ein Thema, das also immer wieder eine Rolle spielt. Bei vielen ehemaligen Kunststudenten gibt es ja so ein gebrochenes Verhältnis zum Professor. Entweder eine absolute Vergötterung oder eben die absolute Verfluchung. Und bei ihr ist es eher so, dass sie nicht von ihm abhängig war, sehr viel von ihm gelernt hat, dann aber auch immer auch große Sympathien seinem Oeuvre gegenüber gezeigt hat. Das ist ein wichtiges Gütezeichen, dass ein Schüler lernt und weiß, dass er auf den Schultern von Riesen steht. Und als solche möchte ich Arno Rink und Neo Rauch bezeichnen. Sie haben immer eine wichtige Rolle gespielt. Jeder Künstler steht auf den Schultern irgendeines Riesen. Jede Künstlerin steht auf den Schultern irgendeiner Riesin. Arno hat auch immer gesagt, nicht denken, malen. Es bringt nichts, eine Ausstellung zehn Jahre vorher zu planen. Malen, den Arsch abarbeiten und dann einfach gute Bilder, die sich durchsetzen. Und Punkt. Sie hat das, was mein Mann verinnerlichte mit seiner Lehre und mit seiner Haltung zur Kunst, das hat sie begriffen. Und ich glaube, deshalb war sie auch so eine wichtige Schülerin für ihn und er für sie ein wichtiger Lehrer. Diese Nähe hat auch dazu geführt zu einer tiefen Zuneigung, beiderseitigen Zuneigung. Und ich erinnere mich, vor einigen Jahren war in Berlin eine Doppelausstellung, Arno Rink und Miriam Flaming. Und das war für Miriam Flaming ein großer Höhepunkt auch der Bestätigung. Aber auf der anderen Seite war es auch eine Würdigung für ihren Lehrer. Denn man muss wissen, dass Rink ja gerade in diesen Jahren des Hypes um die neue Leipziger Figuration, dass er da doch im Hintergrund stand und eher als Lehrer im Vordergrund und weniger als eigenständiger Künstler. Eine junge, selbstbewusste Malerin verweist auf ihren Lehrer. Eine ganz fantastische Geschichte, fand ich, war das auch. Und insofern war das, glaube ich, für beide eine wunderbare Konstellation, da aneinander zu geraten im besten Sinne. Was er immer gesagt hat und was ich komplett auch verinnerlicht habe, ist, der Anspruch Form ist Inhalt. Es geht immer um Haltung. Es geht immer um Formen. Es geht immer um Haltung. Und du kannst ja nicht sagen, also das ist die Malerei und das ist das wahre Leben oder so. Das kann man ja nicht grenzen. Das ist ja ein und dasselbe. Und wenn man sagt Form ist Inhalt, dann überträgt es natürlich sich auch eins zu eins auf ein authentisches Leben. Wenn ich dann anfing, meine Bilder zu erklären mit der Geschichte und den Gründen und so, hat er auch sehr gerne gesagt, Miriam, halten Sie einfach mal den Mund. Das interessiert mich nicht. Sie wollen auch kein Buch schreiben. Das Bild muss sich durchsetzen. Stell dir vor, du hast eine Ausstellung, das hängt am Ende von einem 100 Meter Gang. Warum gucken die Leute denn dein Bild an? Was muss das denn machen mit den Menschen? Das Werkzeug, um diese Aufgabe zu lösen, ist ja individuell. Und das ist der Grund, warum er auch so ein fantastischer Lehrer war. Also ich glaube, Arno Ring war einfach tatsächlich da. Der war für jeden da. Und es war ja nichts zu blöd. Und er hat zu allem eine Meinung gehabt. Eine meiner existenziellsten Fragen ist, was bleibt von uns? Und das, was wir meinen, was von uns bleibt, ist auch so zerbrechlich. Und es war sehr brechlich. Ich bin davon überzeugt, dass diese Energie nicht flöten geht. Dass sie sich umwandelt und dass sie auch angeschlossen ist tatsächlich an etwas so unüberschaubar Großem. Wie kommen wir darauf zu glauben, wir sind die Krone der Schöpfung? Also da bin ich mir sicher, es ist noch Luft nach oben. Das Thema meiner Malerei ist immer wieder der Mensch in der Welt. Was mich interessiert, ist, warum wir Menschen handeln, wie wir handeln. Und warum wir Menschen die Sehnsüchte haben, die wir haben. Und was uns glücklich macht. Das sind schon Sachen, die mich sehr interessieren. Warum wir das sind, was wir sind. Und was sind wir? Die Bilder von Miriam Flaming, das haben für mich etwas Exotisches. Wenn ich ihre Bilder sehe, habe ich den Eindruck, ich bin in einem Raum und ich mache die Tür auf und sehe die Landschaft. Und sehe vielleicht auch Menschen in der Landschaft. Und es sind keine Standbilder. Das sind viele bewegte Bilder, die sich aus verschiedenen Räumen und Zeiten in diesem Bild finden. Weil ich nehme ja Bilder, Fotos, Fremdmaterial, Eigenes und kombiniere das zu etwas Neuen oder vielleicht schon längst Gewesenen. Und auch die Nervosität, die sich durch die Lichteffekte ergeben, durch die Sonneneinstellung, durch Reflexion etc., wie sich Menschen bewegen. Das denke ich, wenn ich die Bilder von Miriam Flaming sehe. Die Tür zu öffnen und dann überrascht zu sein von dem, was das Leben bietet. An Reflexion, an Lichtspielerei, an Menschlichkeit. Womit ich mich natürlich beschäftige, weil ich bin ja ein Kind dieser Zeit. Und das ist es, was ich in diesen Bildern spüre. Große Spannung, würde ich meinen. Und den Willen natürlich auch dieses Thema festzuhalten, weil diese Momente von ihr sehr, sehr persönliche sind. Man sieht den Bildern an, dass sie Themen verhandeln, die der Künstlerin wichtig waren, die bedeutsam waren. Malerei ist für mich eine Möglichkeit, mir die Welt anzueignen. Sie eröffnet Türen für ein besseres Weltverständnis. Und das Schöne daran ist natürlich, dass du auch Welten entstehen lassen kannst, die es so noch gar nicht gibt. Es ist dieses Entdecken einer anderen Welt und auch andere Sichtweisen auf diese Welt. Wer bin ich als Mensch in dieser Welt, in der sich jeden Tag alles scheinbar verändert? Das hat mich fasziniert, ja. Man kann eben auch in den Bildern von Miriam spazieren gehen und sie auf diese Art und Weise noch ganz anders kennenlernen. Dieses ganz intensive Gefühl einer Welt, mit der ich mich auseinandersetze, die sich dann erschließt auf der Leinwand, die auch nicht schnell gelesen ist. Im Grunde genommen schwebt man in so ein Bild rein von ihr. In vielen Bildern von Miriam Flaming fehlt in der Tat der Boden. Der Boden würde ja alles festmachen, dann ist ja der Raum determiniert. Und ich finde ja die Malerei spannend, die den Raum durchbricht und die weitergeht als die vier Kanten der Leinwand. Das ist ja nur das Angebot. Man betritt es nicht, sondern man wird so reingezogen. Und als Betrachter bist du immer mittendrin. Ja, ich will, dass du den Halt verlierst, weil wir uns so wichtig nehmen in der Position, zu glauben, wir sind im Hier und Jetzt und wir wissen, wie die Realität aussieht. Es hat schon ein bisschen was Unirdisches, logischerweise, weil es ja auch oft diese surrealen Stimmungen, Kraft der Farbe und der Lichtpunkte und so weiter aufweist. Oft arbeite ich tatsächlich mit fotografischen Vorlagen von Porträts, die ich aber im malerischen Prozess wieder in Frage stelle oder verallgemeine. Ich lasse mich gerne von Bildern inspirieren, die mir zufliegen, die eine Assoziationskette in mir loslösen und die eine gewisse Allgemeingültigkeit haben, auch eine Zeitlosigkeit. Die Fotografie ist das Skizzenbuch der zeitgenössischen Kunst. Und natürlich kann ein Künstler auf alle Vorlagen zurückgreifen, die ihn inspirieren. Und da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht von der Fotografie oder was auch immer so verführt ist, dass man sich über die erste Sensation oder Freude über diese Arbeit nicht hinaus bewegt. Weil da geht ja dann erst die Arbeit los, dass ich mich frage, was macht das jetzt denn eigentlich mit mir? Warum interessiert mich das? Es ist wirklich diese Faszination, dass wenn du ein Gesicht, wo du weißt, ja gut, das gibt es gar nicht mehr, wenn du das wieder anfängst zu malen, dann gibst du ihm so eine Würde zurück, die über diesen fleischlichen Körper hinausgeht, weißt du? Miriams Bilder sind voller Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sind nicht zufällig, sondern sie können mir als Spiegel dienen, mich in meinem Leben an das zu erinnern, was mir bis heute wichtig ist. Die ursprünglich einmal sehr persönlichen Aufnahmen, die letztendlich auch nur von denjenigen, die diese Aufnahmen kennen, dechiffriert werden können, dienen dazu, dass jeder Betrachter selbst in diesen Fotos, in diesen Malereien vielmehr eigene Erinnerungen wecken kann. Die Protagonisten in meinen Bildern sind Reflexion für dich selber. Und damit kann man als Betrachter in vielen verschiedenen Rollen reinschlüpfen und auch merken, wie relativ unsere Beurteilung ist. Deswegen arbeite ich auch gerne mit Klischees, mit diesen überzogenen Meinungen. Durch die malerische Verarbeitung haben die Fotos für mich diesen persönlichen Charakter, den sie ursprünglich einmal hatten, etwas verloren. Der Mensch im Allgemeinen ist das, was mich interessiert und nicht das einzelne Individuum dahinter oder eine Lebensgeschichte. Sie würde mich dann interessieren, wenn sie im Hinblick auf eine allgemeingültige Lesbarkeit für mich vernutzen wäre. Und dann bediene ich mich dieser Porträts. Und die Gesichter sind aber oft unkenntlich, weil sie natürlich auch eine Projektionsfläche für dich sind. Deinen geschichtlichen Hintergrund, deine Kindheit. Also es war mir nicht bewusst, dass die eben eigentlich im Belgisch-Holländischen liegt, oder? Der holländische Teil meiner Familie hat sich durch die Seefahrerei, mein Opa war Kapitän, mein Vater war Seefahrer, also der Klassiker, die haben sich natürlich die Welt durch das Bereisen schon angeeignet. Damit bin ich auch aufgewachsen, mit fremden Masken im Wohnzimmer, aus Übersee etc. Mein Opa, der ja doch sehr vertraut war mit dem Meer, er sagte immer, das Wasser ist eine Gewalt. Davor muss man sich sehr in Acht nehmen. Wasser ist etwas, was einen Betrachter, denke ich, nochmal immer sehr in den Band zieht, von seiner Schönheit dieses Wassers und seiner Oberfläche, aber gleichzeitig auch die Gefahr, die davon ausgeht. Und wenn wir als Kinder ins Wasser im Atlantik reinsteigen, sagt er immer, geh nicht so weit. Miriam, das Wasser ist überall das Gleiche, du musst da nicht so weit raus. Und das ist etwas, was ich verinnerlicht habe. Und das Fremde ist nicht so fremd. Das ist auch in uns. Es gibt kein Fremdsein eigentlich in dieser Welt. Ich glaube, ich bringe ganz viel meiner eigenen Person in diese Bilder mit hinein. Also wenn ich mir einen stillen See anschaue von Miriam Flaming, auf dem ein Boot fährt, mit Personen da drin, dann sehe ich mich selber unter Umständen in diesem Boot fahren und frage, wo geht es hin, was passiert? Antworten finde ich langweilig, weil da gibt es ja auch gar keine. Also das liegt ja im Betrachter selber. Fragestellungen an das Menschsein und die Protagonisten ihrer Werke. Was ist das, was Miriam Flaming dem Betrachter mitgeben will? Du siehst ja nur das, was du bist. Das heißt, es gibt da keine allgemeine Antwort. Aber womit ich mich gerne beschäftige, ist mit zeitlosen Referenzen, um eine Lesbarkeit zu ermöglichen. Da fängt die Auseinandersetzung an. Und das ist eben etwas, was beachtlich ist und was man wirklich nicht bei jedem zeitgenössischen Künstler wiederfindet. Für mich sind Miriam Flamings Arbeiten gekennzeichnet durch Antagonismen. Gegenständlichkeit versus Abstraktion. Starke Farbigkeit versus Monochromie. Als Antagonismus einer bedrohlichen Natur oder als eines Garten Eden. Die Inhaltlichkeit ist ja dann, wenn man so will, eine individuelle Deutungsebene. Und wir könnten jetzt ja wahrscheinlich mehrere Leute vor das Bild stellen und jeder würde eine andere Geschichte erzählen. Und das ist ja auch so, sagen wir mal, das Tolle an ihren Arbeiten, dass sie so eine Mehrdeutbarkeit zulassen. Und das können nur wenige Künstler. Karl Bormann sagt, die perfekte Zeichnung ist eigentlich das weiße Blatt. Da ist dem Betrachter die größtmögliche Portion an Freiheit gegeben, mit diesem Bild was anzufangen. Alle Bleistiftstriche oder was immer da drauf ist, sind im Grunde genommen irgendwo auch Einengungen. Bis hin zu Bildern, wo wirklich dem Betrachter überhaupt kein Interpretationsspielraum mehr verbleibt, weil alles vorgegeben ist. Und bei Mirjam ist es so auf dem Mittelweg. Also sie öffnet einen Zugang, sie macht die Tür auf, aber sie nimmt die Leute nicht zu sehr an die Hand und will sie nicht zielsicher auf ein ganz bestimmtes Ergebnis hinführen. Als Kunsthistorikerin liebe ich das sehr, wenn Künstler ihre eigene Entwicklung pushen. Wenn die eine Neigung zeigen, neue Wege zu gehen, zu scheitern und wieder neue Wege zu gehen. Auch deshalb ist mir Mirjam Flaming sehr nah. Ich mag das, dass sie nach dem Abschluss einer bestimmten Serie oder einer bestimmten Gedankenreihe einen neuen Weg einschlägt. Das erste Mal, dass ich das erlebt habe, war natürlich, als sie von diesen monumentalen, aber doch irgendwie comichaft konturierten Frauengestalten aus der Alice-Serie überging zu diesen nebulösen Kompositionen, in denen Natur eine sehr große Rolle spielt in Wasser, Vegetation, veränderte Lichtverhältnisse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt Momente, wo ich die Tür nicht aufbekomme zu meiner Arbeit. Das sind Situationen, wo sich einfach zu viel übereinander lagert. Man fokussiert ja, am besten funktioniert man, wenn man wirklich die Arbeit hat, und auch so ein Regelmaß der Arbeit. Aber das Drumherum, das ist sehr zeitaufwendig. Und das ist auch etwas, was sich dann überlappt. Also gerade der Bereich, das Bild ist fertig, ist gemalt. Was passiert dann? Es geht dann entweder in eine Galerie oder es geht direkt zum Sammler oder es geht in eine Ausstellung. Es muss dokumentiert werden. Und der Transport muss organisiert werden. Oder wenn es verkauft ist, muss es ins Werk verzeichnen. Es muss ein Repro gemacht werden für eventuell einen Katalog. Das sind echt ganz schön viele Baustellen, die immer wieder so ganz nebenbei auch nach Aufmerksamkeit schreien, damit es irgendwie alles halbwegs in der Waage ist. Es macht mir zwar Freude, weil es gehört für mich schon auch dazu, aber ich verfahre mich dann. Wenn ich mich dann verfahre in der Form, dann braucht es einfach viel länger, um wieder in die Arbeit reinzukommen. Es ist schon so, dass das Bild Malen der schönste Bereich ist, so das Filetstück der ganzen Arbeit. Wenn ich das Gefühl habe, unendlich viel Zeit zu haben. Wenn nichts an der Tür klopft, wenn keine Alltagsverpflichtung dir den Zeitrahmen vorgibt. Wenn du Zeit und Raum hast und es gehört alles dir und du kannst es füllen. Und dann entsteht eben diese Magie des Urvertrauens. Du hast eine weiße Wand und diese Wand beseelst du. Das heißt, du öffnest diese Tür. Alle Gefühle fließen mit in die Arbeit. Da lässt sich schwer ein Filter vorschieben. Sollte ja auch vielleicht nicht sein. Der Filter passiert erst im Arbeitsprozess. Dass ich dann verifiziere, was ich da eigentlich mache und reflektiere und auch sehe, in welchem Zustand ich mich eventuell gerade bewege von der Imagination und dann nochmal eingreife oder dem halt mehr auf die Spur gehe. Ganz reflektierter, differenzierter und bewusster Umgang mit Maltechniken, mit Geschichte der Malerei, mit allem möglichen Gepäck, das in dieser Kunstform aufscheint. Und das ist natürlich eine intellektuelle Herangehensweise, dass die sich dann Bahn bricht in emotional aufgeladenen Motiven. Das ist ja eine andere Sache. Aber diese Bewusstheit gefällt mir, wenn ich die erkennen kann. Und das passiert ja auch durch den Arbeitsprozess, dass ich die Bilder ja auf den Kopf stelle und dadurch, selbst wenn ich was darstelle, es immer abstrakt auch behandle. Ich habe den Kopfstand nie wirklich gekonnt, aber die Welt aus einer anderen Perspektive sehen und darüber lachen, worüber andere weinen. Das war mir schon als Kind sehr nahe. Perspektiven brechen. Scheint mir etwas zu sein, was Miriam ständig versucht, in ihren Bildern zum Ausdruck zu bringen. Dass es nicht dieses manierierte, akademische, figurative Ding wird, das ist ganz wichtig. Ein stabiles Bild hängt auch auf dem Kopf gut. Und dann kann es sogar passieren, dass ein Bild, das so eigentlich ganz gut funktioniert, aber eben auch vielleicht etwas eindimensional ist, erst durch diesen Kopfstand interessant wird. Nicht, dass es jetzt auf dem Kopf hängen bleibt, aber dass ich einfach die Gewichtung neu formuliere und dass ich dann wieder von vorne anfange. Und dadurch habe ich dann eine Verdichtung, die vielleicht an dieser Stelle das Bild braucht. Sei dir deiner Perspektive auf die Dinge nicht so sicher. Generell bei Malerei geht für mich eine Tür auf, wenn ich merke, dass die Künstlerin oder der Künstler ihr eigenes Medium, nämlich die Malerei, selbst mitreflektieren. Wenn ich sehe, dass Fragen an die Oberfläche gestellt werden, Fragen an die Perfektion, also im Sinne von nicht durcharbeiten, mit Absicht Dinge wieder verunklären. Man spürt diese Intuition, die in verschiedenen Teilen herauswächst. Auf der anderen Seite ist das eben dann schon ganz komponiert. Also es ist in sich schlüssig, die Bildkomposition. Ich setze mich nicht direkt inhaltlich mehr damit auseinander, sondern nur noch formal. Wobei dieser Schwerpunkt, mich formal mit den Sachen auseinanderzusetzen, immer die Grundlage ist. Was ich mich vielfach frage, wenn ich deine Werke anschaue, ist, in wie vielen Schichten du eigentlich denkst, in deinen Werken. Also ich finde, es sind unheimlich viele Ebenen übereinander gelegt. Bis zum nächsten Mal. Und dann die Technik der Eitempera. Ein ganz eigenwilliges Medium, um Öl- und Fargpigmente zu binden. Gerade auch in dieser Flüchtigkeit, die dann die Eitempera erhält, wenn sie sie abwäscht und überarbeitet. Einzigartig. Diese Möglichkeiten, da so einen Schmelz zu erzeugen, der weder bei Ölfarbe noch bei Acryl erreichbar ist, das ist eine sehr große Eigenheit von ihr. Es gibt Bilder, die gehen nicht weiter, diese Sackgassen. Aber sie sind dann keine Sackgassen, weil ich ja anfange, auf dieser Maloberfläche nach einer Pause wieder reinzugehen und das zu behandeln wie eine nackte Leinwand. Ich fand diesen Prozess spannend, dass du den Mut hattest, so an die älteren Werke heranzutreten und sie dann in einen ganz neuen Kontext zu bringen. Ich glaube, dass Scheitern als Strategie fast so eine mephistophelische Größe im Schaffen von Miriam ist. Das Scheitern ist der Arbeitsprozess. Also das muss halt nur weitergehen. Weil sie zerstört ja in der Produktion eines einzelnen Bildes, zerstört sie das ja immer wieder. In dem Moment, wo es nicht gleich so funktioniert, wie du es gerne hättest oder wie ich es gerne hätte, fordert dich das Bild natürlich heraus. In dem Zwiegespräch mit der Leinwand dann eben im längeren Arbeitsprozess das zu erwirken, was dahin gehört. Für Miriam Flaming ist die Leinwand, wenn da Figuren gestalten, Gegenstände, eine Komposition erscheinen, noch lange nicht das Nonplusultra oder fertig. Ganz im Gegenteil. Sie sieht verschiedene Stadien, die prozesshaft oder organisch ineinander übergehen, bis sie entscheidet. Das bleibt so. Das ist eine innere Gewissheit in dem Moment. Bilder verändern sich vor allem selber. Ganz klammheimlich. Weil deine Art, das Bild anzusehen, sich ändert. Und da gehe ich dann auch wieder rein. Dieser Prozess besteht darin, dass sie Farbe aufträgt, auch Konturen setzt und sich mit den Bildhintergründen und Vordergründen auseinandersetzt und dann die Leinwand nimmt und sie erst mal unter die Dusche stellt und abspült. Man sieht natürlich dieses Wässrige, dieses Fließende und dieses Transparente, was sie den Motiven verordnet, das sieht man denen natürlich an. Also die sind ja teilweise wie hinter Regen vorhängen oder Nebelschleiern oder davor, je nachdem, wie die Prozesse sich staffeln. Aber dann doch manches Mal auch bei ihr schon die Hinwendung zu einem klaren Kontur, weil sie damit also ganz klar etwas herausstreichen möchte, also eine Figur, also eine Gegenständigkeit. Aber dann der Hintergrund ist dann etwas, der dann wirklich eine andere Rolle übernimmt. Die eine Hälfte ist, da bin ich einfach Mutter abends. Das heißt, man liest eine Geschichte vor und dann bin ich in dieser Kindergeschichte oder ich bin dann einfach auch bei ihr. Das sind dann so Zyklen, wo du dann halt irgendwie lieber die Nacht nimmst. Dann funktioniere ich völlig anders. Also dann habe ich dieses Open End, dieses Fabulieren, dieses Bei-Mir-Sein und dann sind das natürlich größte Glücksmomente, weil dann hast du keine Unterbrechung und dann passieren gute Sachen. Wenn du aufwachst und noch mit nackten Augen so ein Bild siehst, dann siehst du sofort ja oder nein. Ich liebe das, nachts zu arbeiten, wenn alles still ist draußen und man fast seinen eigenen Herzschlag hört, wenn alles so ganz ruhig ist und auch alles möglich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.